hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar habe ich in munterkingen im aldi eine frau getroffen die hat mich angesprochen in munterkingen da leben meine drei kinder von vier und ich habe im aldi war ich einkaufen und diese frau hat mich angesprochen und hat gefragt ob ich denn der vater aus dem internet sei aus youtube und habe ich sie angeschaut ja da bin ich ja sie würde sich die videos alle anschauen hat sie gesagt und sie hofft so sehr dass unsere vier kinder zusammen im wechselmodell leben können sie selbst hat sie noch erzählt ist auch ein scheidungskind und hat ihren vater zehn jahre nicht sehen können als kind und als sie dann erwachsen war hat sie selbst ihren vater aufgesucht hat erfahren was alles wirklich geschehen ist auch über den ex freund also den mann nach dem vater den ihre mutter dann mit dem sie zusammengelebt hat ihre mutter von dem auch und hat dann den kontakt zu ihrer mutter radikal abgebrochen und wir haben uns ein wenig unterhalten was da psychologisch geschieht was da mütter machen die kinder narzisstisch missbrauchen und nicht zum vater lassen wollen in ihrem fall war auch das jugendamt involviert und zwar war es so dass ihre leistungen in der schule nachgelassen haben weil ihre mutter sie nicht zum vater gelassen hat so oft wie sie wollte und das jugendamt hat es wie es üblich ist wie ich selber auch erlebt umgedreht gelogen hat da konstruiert dass es am vater lege und hat dann empfohlen dass das kind den vater gar nicht mehr sieht und wie gesagt die konsequenz war dann dass eben die frau die mich angesprochen hat im aldi in munterkingen dann als erwachsene sich von der mutter radikal abgewendet hat weil sie eben von der mutter missbraucht wurde für die eigenen zwecke und ihr der vater genommen wurde von der mutter ja diese geschichte hat mich schon sehr ergriffen auch dass ich da angesprochen wurde dass es wie es ja kein wunder ist viele menschen da draußen gibt die ähnliches erleben wie meine drei kinder gerade eins meiner kinder lebt ja bei mir und die die unseren fall noch nicht kennen hier ist eine kleine zusammenfassung unsere kinder alle vier durften ja erstmal mich nur in einem begleitenden umgang sehen weil sie angeblich schädige wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede das wechselmodell ist die erziehung von kindern in gleichberechtigung und die betreuung halbe halbe 50 prozent bei jedem elternteil das amtsgericht ulm und das oberlandesgericht stuttgart fanden es eine schädigung der kinder wenn ich mit denen darüber rede und hat dann eben diesen begleitenden umgang beschlossen eine meiner töchter die älteste ist dann im mai 2019 zu mir geflohen von der mutter weil sie es dort nicht mehr ausgehalten hat sie hatte angst ihren papa nie wieder zu sehen da war sie sehr mutig wenn man sieht was die frau im aldi erzählt hat und ich glaube die mutter meiner kinder ist sich gar nicht bewusst dass sie genau das risiko auch hervor schwört dass ihr dasselbe geschieht wie es dann auch war mit der frau die mich im aldi angesprochen hat dass nämlich alle unsere kinder sich von ihr abwenden werden die wahrscheinlichkeit ist sehr hoch wenn sie so weitermacht dann hat halt die mutter unserer kinder bis sie 18 sind vielleicht noch den kindesunterhalt bekommen aber ansonsten ab 18 dürfte da schluss sein welches kind lässt sich denn schon erzählen dass der papa so gefährlich sei dass sie ihn nur unter begleitung von zwei frauen sehen dürfen weil er ihnen hilft bei ihrem wunsch nämlich bei beiden eltern zu leben sowas glaubt doch kein kind das kann man vielleicht noch wenn ein kind sechs sieben jahre alt ist acht neun vielleicht noch irgendwie weismachen vielleicht auch nicht wirklich aber kann die kinder zurückhalten aber je älter die werden umso schwieriger wird es je mehr gewalt angewendet wird auch vom gericht um die kinder gegen ihren wellen festzuhalten umso klarer wird den kindern was da geschieht und umso höher das risiko für die mutter unserer kinder dass die kinder sich von ihr abwenden wenn sie erwachsen sind so wie die frau im aldi im unterking die mich angesprochen hat dann danke ich euch fürs zuschauen bei diesem video auch ein gruß an die frau die mich angesprochen hat vielen dank dass sie das gemacht hat bitte jeder der mich irgendwie trifft ja und die videos kennt kann mich gern ansprechen ich kriege auch e-mails regelmäßig von vätern auch müttern den es so geht wie unseren wie mir und auch dass es den kindern so geht wie unseren kindern bitte meldet euch weiterhin ich mache auch gerne videos mit euch online interviews letztlich alles ganz einfach machen und wenn ihr über neue videos unterrichtet werden wollt von youtube dann klickt auf den abonnieren button und aktiviert die glocke damit ihr über alle videos benachrichtigt werdet nochmal danke fürs zuschauen tschüss zusammen